Bäm, Freunde, da sind wir wieder mit den MMA News am Donnerstagabend. Khabib scheint wieder schuldenfrei zu sein, hat Kamsa Chimayi versucht, Henry Sokudo zu attackieren und Michael Chandler gibt einfach nicht auf. Das und noch ein bisschen mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geliebt seid. Wir springen sofort rein und ja, der MMA-Bezug, ich weiß, ehemaliger Fighter, natürlich sehr prominenter Fighter, aber natürlich nicht mehr aktiv. Trotzdem, glaube ich, ein Thema, was viele auch sehr interessiert hat, sehr bewegt hat. Um fair zu sein, ich weiß, das hat heutzutage, ich weiß gar nicht warum, irgendwann aber so einen sehr schlechten Ruf bekommen, dass Telegram einfach, also ein Telegram-Kanal namens Shot, dass das grundsätzlich dann alles ausgedacht ist. Ich sage auch nicht grundsätzlich, dass dann alles stimmt, auf Telegram, was da steht. Aber was waren denn unsere Quellen überhaupt zu glauben, dass diese Schulden bestünden? Ich glaube, da hat ja von uns auch keiner irgendwie was Handfestes gesehen. Schreiben da irgendwie von Russland in Richtung Familie oder von Khabib Nurmagomedov. Was ich damit sagen möchte, das war ja auch viel Blabla, ohne dass wir jetzt wirklich was sehr Handfestes hatten. Und warum sollen wir da nicht ein bisschen Blabla weitermachen mit was nicht deutlich weniger Handfestem? Und lange Rede, kurzer Sinn, hier steht es auch im ersten Satz geschrieben, es wird Zeit, den Ferrari zurückzugeben und die Bankkonten auch wieder aufzutauen. Denn scheinbar hat Khabib Nurmagomedov einen Scheck rübergeschickt und 3,4 Millionen bezahlt. Damit seine Schulden losgeworden. Und das UFC-Comeback muss halt auch wieder als sehr unrealistisch bezeichnet werden. Also Khabib Nurmagomedov jetzt schuldenfrei, ob er, also wenn das stimmt, dann wieder schuldenfrei, ob er dann wieder zurückkehren wird. Ich weiß auch gar nicht, einige von euch, die vielleicht selber aus Russland kommen, die das ein bisschen besser beurteilen können, beziehungsweise einfach andere Quellen haben, vielleicht auch aus der Region kommen, die sagen, hey, der war die ganze Zeit da. Oder andere, die sagen, nee, nee, der hat schon das Land verlassen und hat seinen Hauptwohnsitz jetzt woanders hin verfrachtet. Ich kann es euch jetzt hier nicht sagen. Ich gebe euch jetzt erstmal diese News weiter. Ich habe es ja auch vorsichtig erstmal betitelt mit Khabib schuldenfrei Fragezeichen. Ich kann es euch nicht zu 100% sagen, aber wenn dem so ist, wird ihm da mit Sicherheit ein großer Stein vom Herzen fallen. Was das jetzt für Auswirkungen hat, auch auf beschlagnahmte Dinge, wie zum Beispiel auch, dass da sein Haus zum Verkauf, zur Fendung freigegeben wurde und Conor McGregor da mitbieten wollte. Das wäre mit Sicherheit eine sehr interessante Schlüsselübergabe geworden. Das wird jetzt dann vielleicht nicht stattfinden. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich, Khabib wie jeder andere auch, wenn er sich jetzt nicht an die Regeln hält, dann gibt es halt dafür irgendwo eine Bestrafung. Ist jetzt Steuerhinterziehung für mich das schlimmste Verbrechen, was man begehen kann auf dieser Welt? Auch wenn ich mich da vielleicht entgegen einer sehr festgefahrene Meinung bewege. Ich glaube nicht, dass das die schlimmste Straftat ist, die man begehen kann. Da gibt es sehr viele gegen Leib und Leben von Leuten, was noch für mich persönlich deutlich schlimmer ist. Also für mich bist du da jetzt nicht der ultimative böse Mensch, wenn du da jetzt irgendwo Steuern hinterzogen hast. Aber klar, es gibt ein paar Spielregeln. Du hältst dich nicht dran. Du weißt es vorher oder du weißt es halt nicht vorher. Du hast dich auf andere verlassen. Dann zahlst du dementsprechend dann die Quittung dafür. Ich habe jetzt aber nie geglaubt, dass diese 3,4 Millionen, mein Gott, Runde auf, mach 4 Millionen draus, dass die von Khabib nicht irgendwie hätten aufgebracht werden können oder dass er da wirklich jetzt blank ist und anfangen muss da irgendwie, weiß ich nicht, auch anfangen muss nochmal arbeiten zu gehen irgendwo und da anfängt jetzt auch Uber zu fahren. Das habe ich persönlich jetzt nie gedacht, aber vielleicht ist die Nummer damit jetzt vom Tisch. Mal gucken, ob er nach Russland zurückkehrt, ob er nach Russland zurückkehren kann, ob da andere Sachen gefunden werden, weil er sich vielleicht jetzt politisch irgendwie anders positioniert hat und äußern wird. Ich glaube, auch dieser Mann wird uns noch einige Zeit begleiten, auch wenn er nicht aktiv ist, mittlerweile 35 Jahre alt, ob als Trainer. Ich denke, jetzt hat es aber auch der Letzte verstanden, dass er nicht für Geld zurückkehren wird und auch sportlich nie zurückkehren wird. 35, ich glaube, spätestens jetzt, wenn auch diese finanzielle Lage ja scheinbar ein bisschen dramatisch gewesen ist und er selbst dann nicht irgendwie zurückkam, kann man das Kapitel, glaube ich, für den Letzten auch endgültig schließen. Und hoppla, was ist denn da los? Also das ist eine Nachricht, die hat mich hier jetzt schon sehr überrascht. Henry Sokudo ist scheinbar aneinander geraten, die Wege haben sich gekreuzt mit Kamse Cimaev. Das Ganze fand wohl statt bei Olympia und er hat im Podcast, gut, da ist auch immer die Frage, inwieweit, also ich glaube jetzt nicht, dass er so eine Story, gerade wenn auch ein anderer Fighter namentlich hier noch dann erwähnt wird, dass er das komplett erfindet. Macht er vielleicht eine etwas größere Nummer draus? Das kann natürlich sein, weil dann sprechen wieder viele Leute über ihn, über den Podcast und vielleicht sucht man dann die Folge, vielleicht schaltet man beim nächsten Mal wieder ein. Wer möchte natürlich auch da ein bisschen Promo machen, ist eine Person des öffentlichen Lebens, ist ein aktiver Fighter in der UFC, soll ja bald gegen Sonja Dong wieder in den Käfig steigen. Da kann er natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit gebrauchen. Henry Sokudo, kein Kind von Traurigkeit, was das betrifft, nimmt natürlich gerne alle Klicks und die Blicke mit. Aber er beschreibt jetzt, bei den Olympischen Spielen, hat Kamse Jumai laut Henry Sokudo versucht, gegen Triple C zu kämpfen und er hat wohl einige Sachen sehr persönlich genommen. Es gab eine Analyse von Henry Sokudo und er ist sich darüber bewusst, dass er das manchmal so ein bisschen over the top macht, ein bisschen humorvoll macht. Er stand an, um Tickets zu kaufen. Ja, auch Henry Sokudo muss Tickets kaufen, so wie jeder andere auch. Kriegte ebenfalls nicht geschenkt, selbst wenn er da vielleicht sogar mit seiner Goldmedaille anstand. Und er sagt dann, hörte er plötzlich, oder sah Shimaev und hörte ihn sagen, Henry Sokudo, du Ratte, du bist ein Stück Dreck. Und Henry Sokudo meinte, er hatte schon das Gefühl, dass Kamse Jumai so ein bisschen angesickt auf ihn ist, weil er ihn auf allen Social Media Kanälen geblockt hat. Und er hat ihn dann nur gefragt, warum? Warum bin ich ein Stück Dreck? Aber er hat nur die Antwort bekommen, du bist ein Stück Scheiße. Und ja, Henry Sokudo ist ja dafür bekannt, gerne mal den Troll zu spielen, in die unterschiedlichsten Richtungen. Und er sagt, der war ungefähr 50 Fuß von mir entfernt, stand da noch mit sechs anderen Typen und er sei nur mit seinem Coach Eric Alberkin. Ist das richtig ausgesprochen? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall der Typ mit der weißen Brille, sein Wrestling Coach. Und er sagt, dann sind wir natürlich gegangen, weil damit die Sache ausgeglichen gewesen wäre, hätte man mir schon eine Schusswaffe geben müssen. Das war jetzt kein faires Duell. Und ja, er sagt, wenn du da so getriggert bist, so emotional direkt bist, er glaubt, das ist kein gutes Zeichen. Und natürlich werden die Fans ihn auch ein bisschen trollen, und wenn er da immer so an die Decke geht, wegen halt einigen Fights, wo er nicht zum Fight erschienen ist, dann sei das für ihn kein gutes Zeichen. Und das Letzte, was du machen möchtest, ist, emotional zu kämpfen. Also, Henry Sugoro, ich meine, das Problem ist, oder das Problem, was ich da sehe, es ist so eine feine Linie. Du versuchst irgendwo einen Breakdown zu machen von irgendwelchen Fights, von UFC-Events, also vorher deine Prognose abzugeben. Versuchst das aber gleichzeitig so, um vielleicht auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, indem du vielleicht ein paar Fighter so ein bisschen triggerst, dich vielleicht auch ein bisschen mit denen anlegst, ob das jetzt Shimaev ist, ob es in der Vergangenheit Conor McGregor gewesen ist, der ja dann auch geantwortet hat, ob es auch Isla de Sainer gewesen ist, wo man, finde ich, Henry ist nicht zu 100% immer so, da hat man schon erkannt, der hat vielleicht ein bisschen was gegen Isi oder ist da ein bisschen voreingenommen, hat sich trotzdem Mühe gegeben, objektiv zu sein. Aber ich glaube, das ist ein schwieriger Spagat, das hinzubekommen. Dann machst du das entweder so, dass du sagst, null emotional und null irgendwie Fäden mit irgendwelchen Fightern und ich mache ganz nüchter meine Analyse, oder es wird einfach schwierig, dass man dir deine Analyse abnimmt, wenn du auch abnimmst, wenn du auch versuchst, da so ein bisschen für deine Klicks vielleicht noch den einen oder anderen Spruch zu drücken. Ob das erstmal so gewesen ist, ich war ja nicht dabei, ob es jetzt ratsam ist für Shimaev, da so an die Decke zu gehen und auch jemanden zu blocken, weil der eine andere Meinung hat, ich glaube, da muss man sich gezwungenermaßen, wenn man da weiter ist, in der Öffentlichkeit steht, so ein dickeres Fell wachsen lassen. Keiner muss sich beleidigen lassen. Keiner muss sich jetzt irgendwie zum Clown, zum Kasper machen lassen. Aber wenn jetzt einer in der Analyse sagt, ich glaube, das machst du nicht gut oder ich glaube, diesen Fight wirst du verlieren, dann ist das für mich alleine erstmal kein Grund da, den vielleicht auch zu attackieren. Plus, ja, kommt schon, Henry Sucuro, der kämpft, wo kämpft er? Im Band am Gewicht, im Fliegengewicht. Im Fliegengewicht. Sein Coach, mit Sicherheit nicht viele Gewichtsklassen da drüber und du bist da mit sechs Leuten unterwegs, wenn es so gewesen ist. Das ist ja immer mit ein bisschen Vorbehalt. Da auch, kommt schon. Ja gut, er hat ihn jetzt quasi nur beleidigt oder was zugerufen. Er hat jetzt nicht gesagt, ich hau dich oder ich renne jetzt auf dich zu. Aber wer weiß, wie das jetzt gegangen wäre, wenn er jetzt Henry Sucuro auch gesagt hätte, ja, Moment mal, du bist ein Piece of Shit und wäre die Konfrontation gewesen, hätten die sich dann da geprügelt in der Schlange für Olympia. Ich bin froh im Endeffekt, dass es nicht so gekommen ist, denn das wäre, glaube ich, dann stand jetzt erstmal keine gute Publicity für Kamsa Chimaya, wenn er sich dann noch mit Henry Sucuro irgendwo bei Olympia oder zumindest bei einer Schlange für die Karten für Olympia da geprügelt hätte. Ich glaube, da braucht man ein dickeres Fell. Auf der anderen Seite, Henry Sucuro, ja, wie man, wie heißt das, in den Wald hineinruft, so schallt es da noch wieder raus, betrifft ja voll oft auch andere Fighter, die, also Chelsea Sonnen mit einigen aneinander geraten, auch Daniel Cormier, nicht immer einfach. Das ist dieser Dreizeilakt, wenn du irgendwo da auch noch involviert bist als Analyst, als Experte, als Interviewer, ja, früher oder später stehst du dann vielleicht im Käfig und so wie auch Joe Rogan, dann hast du deine Witze in deinem Podcast gemacht über Chris Cyborg, dass sie ein Tranny ist und dass sie sich für einen Weightcut da den Dödel abhacken muss und dann stehst du plötzlich da und interviewst die und die hat es aber vielleicht nicht vergessen. Das ist immer dann eine feine Linie. Also entweder bist du da irgendwo Angestellter der UFC, ich meine, ist Henry jetzt nur als Fighter, sein Analyst, das macht er ja selber, ist sein privater Kram, aber dann musst du damit rechnen, früher oder später triffst du auf jemanden, dass der dich zumindest anspricht darauf. Ob der jetzt beleidigend werden muss oder ob es da jetzt körperliche Gewalt geben muss, da sage ich nein, Worte rechtfertigen das da jetzt nicht, aber du musst damit rechnen, dass es da auch ein bisschen Gegenwind gibt. Mal gucken, ob Henry Sucuro da seine Lektion gelernt hat oder sagt, nee, super, ich mache genauso weiter. Ich glaube, eher Letzteres wird der Fall sein. Dana White hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und ich finde die Idee schon geil. Also ich glaube, als Dana darüber gesprochen hat, boah, ich will in dieser Sphere, in dieser Kuppel in Las Vegas, ich will einfach eine richtig geile Show draus machen, da hatten viele Fans mich eingeschlossen, so ein bisschen die Idee, boah, da wird der eine Bombenkarte auf die Beine stellen. Ich glaube, Dana ging es da viel mehr um das Tamtam drumherum, diese Kugel auszunutzen, so wie diese Show veranstaltet wird. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das falsch verstanden hat, aber ich habe eher gedacht, klar, gehört das auch mit dazu, aber ja, gut, wow, diese Lichtkugel und wenn du drin bist, ist es wahrscheinlich eine richtig geile Nummer, deswegen kostet ja wahrscheinlich eine Karte auch, keine Ahnung, 20.000 und eine Niere. Aber ich habe gedacht, okay, die Fightcard, die wird auch noch so aller UFC 300. Jetzt im Nachhinein betrachtet, vielleicht ein bisschen naiv oder unrealistisch, dass es so wird, aber geile Idee, was er hat. Jetzt sagen einige, Paco, lass mal aus der Lippe fallen, mache ich sofort, entspannt euch. Es geht ja, es geht um den mexikanischen Nationalfeiertag und er sagt, also den Unabhängigkeitstag von Mexiko und er sagt, da müssen wir einfach die Geschichte von Kampfsport, vom Kämpfen in der Geschichte von Mexiko, das müssen wir einfach damit reinnehmen. Und man wird das so aufbauen, hat Dana zumindest gesagt, man macht die Ursprünge, die ersten Bilder oder was auch immer, welche Idee auch immer er im Kopf hat. Bei den Prelims fängt man an. Und das war übrigens auch eine richtig geile Nummer bei UFC 300, wo man quasi immer so die Early Prelims, die Prelims und dann die Main Card, da ist man ja auch quasi mit dem Intro der jeweiligen UFC-Geschichte dann weiter nach vorne gegangen und mit dem Logo, das fand ich zum Beispiel richtig gut. Also als ich so reingekommen bin in die ganze UFC-Nummer, da war ja noch dieser Gladiator am Anfang immer mit dabei und Face the Pain lief am Start und die Highlights wurden dann nur gezeigt, das war immer top, da war immer direkt Gänsehaut immer voll dabei. Und jetzt würde man es scheinbar so machen, dass man so die Geschichte von Mexiko mit Kämpfern da illustrieren möchte, zeigen möchte und ja, dass das dann so über mehrere Etappen geht, von jedem Fight und schlussendlich gipfelt dann in die Zukunft von Mexiko mit dem Hauptkampf. Finde ich eine richtig geile Idee, wie das umgesetzt wird und ob das auf dem Fernsehbildschirm genauso geil rüberkommt wie dort. Wahrscheinlich ist das dann ein Event, wo ich, das ist halt auch irgendwo immer eine Schande, ich bin da relativ vergesslich, ich werde wahrscheinlich diese Card wieder nicht live gucken, wieder am nächsten Morgen gucken und mich dann einfach so ein bisschen durch diese, also einfach nur bis zu den Fights skippen. Hin und wieder schaue ich auch an Entrants, aber hauptsächlich bin ich immer an den Fights interessiert, also ich möchte wirklich die Kämpfe sofort sehen. Meistens überspringe ich sogar Bruce Buffer, ja gut, scheinbar mein Haupt, aber ich will direkt eigentlich zu der Action kommen. Aber das ist wahrscheinlich etwas da, ich kann euch echt nicht sagen, wann ich das letzte Mal so eine UFC-Card gesehen habe, wo ich null vorgespult habe, also nicht jetzt, wann ich nicht während der Fights, sondern immer von Fight zu Fight, sondern die dreieinhalb Stunden einfach durchlaufen lassen. Gut, alle von euch, die auch Kinder haben, wissen dreieinhalb Stunden oder vier für sich allein zu haben und während man nicht schläft, das ist Luxus. Aber vielleicht ist das ein Event, wo man wirklich auch mal dazwischen deutlich mehr laufen lassen sollte, um ein bisschen die Show und vielleicht die ganze Mühe, die reingesteckt wurde, auch genießen zu können. Immer wenn ich persönlich denke, Chandler bekommt gerade die Kurve, also mit diesem McGregor-Fight einfach, ich gönne ihm den McGregor-Fight. Vom finanziellen Aspekt, von der Aufmerksamkeit, absolut, warum sollte ich da irgendwas gegen haben? Michael Chandler wirkt auf mich wie ein ziemlich geradliniger, cooler Typ. Aber ich denke, er verschwendet zu viel Zeit, seiner Karriere auf diesen Fight zu warten. Warum und weshalb Conor McGregor nicht kämpft, da ist ja das Bier dann von Conor McGregor. Aber Chandler sollte sich vielleicht nicht so daran binden, wann dieser Mann wieder kämpft. Und immer wenn ich glaube, jetzt hat er es gerade eingesehen und jetzt hat er ja andere Alternativen besprochen und jetzt hat er Conor auch nochmal so einen Spruch gedrückt, so aller, der Sport braucht dich nicht und ein bisschen auf Mr. Cool gemacht. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich häufig auch, und den Fehler hat auch, glaube ich, in seinem Leben schon fast jeder Mann gemacht, wo man immer das Gefühl hat, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen auf Mr. Cool und unnahbar. Und dann kommt doch irgendwie ein leichtes Anzeichen von diesem Mädel, an dem man Interesse hat und man ist sofort Gewehr oder Geule bei Fuß meinetwegen. Und das ist so häufig ein Fehler, so leicht dann wieder zu haben oder verfügbar zu sein. Und bei Chandler, also immer wenn ich die Hoffnung habe, ja, er macht jetzt weiter, dann rudert er wieder ein bisschen zurück. Und auch die Aussage jetzt hier, er sagt, ja, es ist der Job von Dana White, manchmal falsche Informationen rauszuhauen und oft oder manchmal ist es so, gerade wenn er sagt, der Fight findet nicht statt, heißt das, er findet statt. Das sind, ja, um wieder bei diesem Mann-Frau-Beispiel zu bleiben, ja, gerade wenn sie mich nicht anguckt, sondern vorabscheu sich abwendet, heißt das, die mag mich am meisten. Ich glaube, in den meisten Fällen nicht wirklich. Und ich weiß nicht, ob Chandler da einfach nur wirklich dem weißen Wal hinterherjagt und das ja einfach da für sich nicht einsehen will. Er sagt, Dezember, letzte Karte des Jahres, da brauchen wir noch einen Fight. Wir beide sind motiviert, wir beide wollen es. Ne, lass uns einfach alle auf der gepunkteten Linie unterschreiben. Das macht einfach Sinn. Und der Job von Dana White ist es manchmal auch, Falschinformationen zu verbreiten. Warum genau sollte Dana jetzt hier bewusst Falschinformationen an die Öffentlichkeit geben? Die einzige Möglichkeit, die ich mir da vorstellen könnte, ist, Connor am Verhandlungstisch ein bisschen zu schwächen, dass man den noch ein bisschen weiter hinhalten möchte. Wobei Dana auch immer wieder betont hat, Connor ist business-technisch kein schwieriger Verhandlungspartner. Aber gut, das wäre so die einzige Möglichkeit, um da zu versuchen, den Preis vielleicht ein bisschen runterzudrücken von McGregor. Ansonsten sehe ich da jetzt keinen Grund, auch Hype-technisch, warum er da jetzt sagen sollte, ne, der kämpft dieses Jahr nicht, wenn er insgesamt vorhat, den Fight doch dieses Jahr zu machen. Aber das wird wohl das Geheimnis bleiben von Michael Chandler. Plus, ich meine, Twitter-News und Breaking-News, deswegen betone ich das immer. Und ich werde das auch immer betonen, auch wenn das für einige halt langweilig ist, wenn ich das immer wiederhole, immer mit Vorsicht genießen. Wenn jetzt hier Ruben Carter, auch wenn es der Real Ruben King ist, wenn er jetzt Breaking-News schreibt, Belan Muhammad gegen Shafgat Rahmonov, wird anvisiert für UFC 3-1, also 3-1-0, 3-10. Ja, was genau ist daran jetzt Breaking-News? Also Gerüchteküche ist das einfach nur. Aber 3-10 ist letztes Pay-Per-View in diesem Jahr, 14. Dezember. Wäre ein Titelkampf. Ob jetzt beide sagen, gut, wenn McGregor kämpft, spiele ich auch die zweite Geige, weil beide wissen natürlich, gerade Belal als Champion bekomme ich Pay-Per-View-Punkte. Der wird gerne auf einer McGregor-Card kämpfen, weil die Pay-Per-Views nach oben gehen und dem wird dann auch egal sein, ob er im Co-Main-Event steht. Ob er über die UFC sagt, da kriegt noch einer von uns Pay-Per-View-Punkte, deswegen packen wir diesen Titelkampf auch mit drauf, wage ich persönlich zu bezweifeln. McGregor braucht keinen zweiten Titelkampf auf einer Karte. Noch ist McGregor in diesem Stadion, dass es reicht, wenn Conor auf der Karte ist. Du kannst doch ein paar andere gute Fights meinetwegen drauf machen, aber noch einen, der Pay-Per-View-Punkte bekommt, neben McGregor, den brauchst du auf dieser Karte eigentlich nicht. Das wäre, glaube ich, nur ein Minusgeschäft für die UFC. Deswegen, wenn es solche Gerüchte schon gibt, dann glaube ich doch tendenziell eher Dana White, dass er sagt, wir haben schon unseren Plan für dieses Jahr fest und das ist der Fight, den wir vielleicht machen wollen. Ich meine, das ist ein sinnvoller Fight. Usman, glaube ich, nach drei Niederlagen, unabhängig wie gut er vielleicht noch ist und wie lange er Champion war, der sollte noch mal kämpfen. Vielleicht ein Fight gegen Leon Edwards. Jetzt hat Leon verloren. Das ist vielleicht für Usman die Möglichkeit, dort den vierten Fight zu bekommen, dann zu gewinnen und dann vielleicht den Titelkampf zu bekommen. Also einen Fight und einen Sieg, glaube ich, muss Usman hier definitiv liefern. Belal gegen Schafgat, geiler Fight. Rahmanov hat es verdient, wird ein schwieriger Fight. Allerdings für beide, Belal hat sich, glaube ich, unglaublich weiter nach vorne, nach oben entwickelt. Also schauen wir mal. Bei Chandler würde ich mir wünschen, dass der jetzt wirklich dann in eine Richtung geht und dabei bleibt. Entweder sagt er ganz klar, gut, ich warte, ich will keinen anderen Fight und dann will ich auch gar nichts anderes mehr hören. oder er macht jetzt einfach weiter und sagt, gut, dann lasst mich auf der Dezember-Card kämpfen, aber gegen irgendjemand anderen. Gegen irgendjemand anderen, der will. Charles Oliveira hat schon gesagt, warum nicht, kann ich mir auch vorstellen, diesen Fight zu machen. Zadoukian vielleicht für einen Interim-Titelkampf schon ein bisschen früher. Aber Chandler sollte sich die Deadline jetzt setzen und sich dann auch definitiv daran halten. Alles andere ist doch fehlerfassend. Natürlich habe ich die Fight Week nicht vergessen und ein paar Breakdowns sind schon draußen und auch ein paar Tipps sind draußen und worin sich viele einig sind und ich bin mir noch nicht sicher, worauf ich tippen soll. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, aber dass Izzy in sehr guter Verfassung aussieht, unglaublich motiviert ist, diesen Sieg unbedingt haben möchte, auch MVP sagt, er sieht diesen Fight so kommen, dass Strikus da einen Verzweiflungstakedown irgendwann vielleicht sogar durchbekommt, aber Izzy direkt wieder auf die Beine kommt und dass er dann einfach früher oder später seine Treffer landen wird. Am Anfang hat er vielleicht ein bisschen Probleme und dass dann irgendwie vielleicht ein High-Kick oder irgendwas anderes das Ziel finden wird und Strikus da gefinisht wird von Izzy und Adesanya. Prognosen, solange die irgendwo für mich begründet sind, sind alle gleich gut oder gleich schlecht. Also keiner hat die Kristallkugel, wo er reingucken kann und weiß, genauso wird es laufen. Wenn jetzt einer natürlich einfach nur mit einer sehr unüblichen Prognose kommt, einfach nur um eine unübliche Prognose zu haben und zu hoffen, in einem Prozent der Fälle trifft es vielleicht zu und da jetzt wirklich sagt, ja Izzy über Rear Naked Joke. Ich meine, vielleicht kommt es so, es ist ja nicht ausgeschlossen, es ist ja nicht verboten für Izzy, diesen Move zu machen, aber ich denke, sehr unwahrscheinlich, dass das so enden wird. Aber es wird auch irgendjemanden geben, der sagt, ne Izzy, Rear Naked Joke, weil klar, der King bist du dann natürlich, wenn es genauso kommen wird. Ob Dricker Style jetzt unterschätzt wird, weiß ich noch nicht mal unbedingt, ob man ihn jetzt so schlecht redet oder ob man einfach Izzy deutlich mehr zutraut. Ich denke, am Freitag werde ich meine Prognose hochladen, wen auch immer die interessiert und mal gucken, noch mal eine Nacht drüber schlafen und mir dann bewusst werden, wie es laufen kann. Für beide Fighter gibt es da für mich sehr gute Argumente und das sind mir eigentlich auch immer die liebsten Fights, wo ich nicht das Gefühl habe, boah, es kann eigentlich nur in eine Richtung gehen, sondern wo es interessant von beiden Seiten sein wird und auch ein bisschen das Gefühl, den Fight will auf keinen Fall einer verlieren. Da steht so viel zur Debatte, nicht nur unbedingt den Titel, sondern auch alles, was nebenbei gelaufen ist. Ich glaube, die werden sich beide gefühlt ein Bein ausreißen in diesem Fight, um da nicht als Verlierer rauszugehen. Drickles hat auch jetzt natürlich auf ganz, ganz viele Sachen schon reagiert, was Izzy gesagt hat, was unter anderem auch Darren Till gesagt hat und natürlich hat er da einen guten Punkt. Also ich glaube zum einen, wenn man sich auch anguckt oder man sollte vielleicht auch einige Sachen hinterfragen. Ich habe jetzt von Chael Sonn gelesen, das ist gefährlich. Izzy performt immer dann am besten, wenn es sehr persönlich ist. Ich glaube, gegen Strickland war es auch sehr persönlich. Da hat er jetzt vielleicht nicht am besten performt. Also es ist immer schwierig, so allgemeingültige Aussagen zu treffen. Vielleicht habe ich auch mal den Fehler gemacht, weil Menschen machen Fehler und man hat nicht alles im Kopf. Ich habe letztens einen auf einem Breakdown quasi gesehen. Ich glaube, es war Twitter oder Instagram. Ich weiß es nicht mehr genau. Ihr glaubt wirklich, Drickles schafft es, Isola de Sanya auf den Boden zu bekommen, wenn Blond Bronson es nicht geschafft hat, der ein Superringer ist. Und dann zeigt man halt so einen schlechten Takedown-Versuch von Drickles und die Takedown-Versuche von Derrick Bronson gegen Izzy, die er alle abgewehrt hat. Natürlich kann ich jetzt picky sein und mir nur die Sachen raussuchen, die dann irgendwo meine Meinung supporten und unterstützen. Ist dann cool, dann lässt man einige Sachen weg, passt nicht ins Narrativ. Ich könnte ja jetzt auch sagen, wenn Alex Pereira es geschafft hat, Izzy auf den Boden zu bringen, dann wird Strickles doch erst recht schaffen. Ganz so weit würde ich nicht in die MMA-Mathematik gehen, dass das so eins zu eins funktioniert. Aber natürlich zeigt das an einigen Stellen, der ist scheinbar nicht, also die Festung, die Takedown-Festung der Verteidigung ist nicht uneinnehmbar, uneinnehmbar, wenn auch ein Striker das schafft, aber es ist auch keine leichte Beute, wenn Derrick Bronson das bei einem frischen Izzy ebenfalls nicht geschafft hat. Es ist schwierig, diese allgemeingültigen Aussagen zu treffen, glaube ich. Und einen guten Punkt, den Drickles hier für mich gebracht hat, weil Derrick Till hat ja so einen kleinen Breakdown gemacht, was man machen kann gegen Drickles und dass er das Gefühl hatte, er hat Drickles fertig gemacht bis zum Finish. Ja, da hat Drickles jetzt drauf reagiert und nochmal den Fight versucht, ihn ein bisschen vor Augen zu führen. Er sagt, die erste Runde, das waren 61 Schläge, also ich glaube, das war wirklich eine eindeutige 10 zu 8 Runde oder zumindest dicht dran. Da konnte Derrick gar nichts landen. Die zweite war dann besser, da hat er, glaube ich, Drickles auch einmal gut erwischt, bis dann der Takedown kam. Ja, und die dritte, da hat Drickles dann auch wieder mehr Treffer gelandet bis zum Finish. Plus, er sagt, wenn du doch so viele Möglichkeiten gesehen hast, warum hast du es denn nicht gemacht? Also warum hast du es denn nicht ausgenutzt? Auch da immer zwei Seiten einer Medaille. Derrick Till häufig Probleme auch gehabt, gerade in diesem Fight, glaube ich, hat sich sogar eine Verletzung zugezogen. Manchmal kann man vielleicht nicht so körperlich, wie man gerne möchte. Aber klar, für Drickles ist es natürlich ein Argument, der wir haben gekämpft. Jetzt kommst du als der große Experte, da haben deine ganzen Tipps dir selber auch nicht geholfen. Da würde ich vielleicht lieber mal einen auf König Schmallippe machen und nicht so viel erzählen. Drickles habe ich auch das Gefühl, der kämpft, gefühlt seine ganze Karriere immer dagegen an, der Außenseiter zu sein und dass er eigentlich nicht so gut ist und dass er zu wild ist, zu unorthodox ist. Mal gucken, wie wir ihn nach diesem Event jetzt betrachten werden, weil wenn er an Isi vorbeikommt, wenn er den besiegen kann, jetzt wo auch so viel Hitze, so viel Hass mit dabei war, das ist ein richtig starker Sieg. Also das sind auch diese Siege, diese Rivalitäten für mich persönlich, das ist sehr subjektiv, unterscheidet das immer die vielleicht guten, sehr guten Fighter von der absoluten Elite, die halt immer diese Rivalitäten, muss sie nicht nur mit einem haben, manchmal hat einfach einer deine Nummer gezogen, aber mehrere von diesen Rivalitäten dann häufiger für sich entschieden haben, als die halt nicht für sie ausgingen. Und Drickles bekommt auch von Dana Weitz ein kleines Leckerli hingeworfen, der hat gesagt, ja, wenn er es schafft, ist es einmal natürlich ein riesen Legacy-Sieg für ihn, Isi zu bezwingen und dann machen wir die Nummer natürlich auch in Südafrika. Also das wäre natürlich ein großes Event, Drickles Duplessis als Champion nach Südafrika zu bringen, das hätte jetzt wahrscheinlich schon einiges an Strahlkraft gehabt, vielleicht war es jetzt einfach zu kurzfristig, um da noch dieses ganze Event dann auf die Beine zu stellen, aber das hätte jetzt natürlich einiges an auch Fan-Emotionen mitgebracht, wenn man das Ganze in Afrika gemacht hätte, nach dem ganzen Trash-Doc, den es vorher gegeben hat. Mal schauen, ob Drickles die Chance bekommt, dann in Südafrika zu kämpfen, ich meine, er ist erst 30 Jahre alt, er hat nur, selbst wenn er verlieren sollte, ich glaube, er fällt auch bei einer Niederlage weicher als Isola de Sanya. Wenn Isi jetzt verliert, er ist ein bisschen was älter als Drickles Duplessis, letzten Fight gegen Strickland nicht gut ausgesehen, wenn er jetzt wieder dominiert werden sollte, dann wird es schwierig für Isola de Sanya, da nochmal rauszukommen, sich nochmal aufzurappeln, vielleicht auch mental. Ich glaube, für Isi steht er noch ein bisschen mehr auf dem Spiel als für Drickles Duplessis. Obwohl Drickles der Champion ist, habe ich das Gefühl, der Druck ist eher auf Seiten von Adesanya. Wir bleiben noch bei Isola de Sanya und ich muss jetzt direkt vorweg sagen, weil ich werde Isi jetzt nicht nur loben, sondern ich werde ihn da jetzt auch kritisieren. Großer Fan von Isola de Sanya. Unglaublich guter Fighter. Technisch sehr, sehr hohes Level, auch sehr clever, wie ich finde. Im Käfig, außerhalb des Käfigs. Hat er seine Macken, hat er seinen Spleen hier und da? Ja, mit Sicherheit. Ich bin jetzt auch nicht Fan von allem, was er macht, aber als Fighter schätze ich ihn unheimlich und ich sehe ihn auch sehr, sehr gerne kämpfen. Viele sehen das anders, viele sagen, das ist ein langweiliger Striker, weil er häufig auf sicher macht, aber technisch auf einem sehr, sehr hohen Level. Also, das ist kein Easy Hater, dass ich jetzt sage, boah, alles mies und ich hoffe, der wird irgendwie untergehen. Ich finde das hier wichtig vorher zu betonen, weil ich da jetzt schon so ein bisschen ihn bei der Ehre packe, möchte ich jetzt fast sagen, weil er hat über Francis Ngannou gesprochen und da muss ich ihn erstmal loben, dass er hier auch sich quasi an die Seite stellt von Francis Ngannou. Die UFC hat ja das Spielchen jetzt gemacht, immer wenn er auch Izzy auf Pressekonferenzen gesprochen hat und Ngannou erwähnt hat, hat man versucht, Ngannou rauszuschneiden. Also das, was er über ihn gesagt hat und dann nur von Adesanya und Kamaru Usman zum Beispiel, das hat man drin gelassen, als er da Dricus Duplessis kritisiert hat, aber von den drei Königen, als er das davon gesprochen hat und Francis Ngannou seinen Namen erwähnt hat, das hat man dann rausgeschnitten. Das hat man wohl noch an anderen Stellen gemacht und er hat gesagt, nee, das kann man nicht, man kann nicht Francis' Geschichte aus der UFC einfach so ausradieren, er ist Teil der Geschichte und wir werden das in Ordnung bringen an einem anderen Tag, das ist nicht etwas, um das wir uns jetzt jetzt kümmern werden, aber darum, darum werden wir uns später noch kümmern. Erstmal cool, dass er ihm da quasi zur Seite springt und das auch so weiterhin noch erwähnt, ich meine, die UFC hat ja betont immer wieder, auch Dana betont das, ja, du kannst ja sagen, was du möchtest, dass da das PR-Team da vielleicht sagt, ja, nee, wir wollen nicht, der ist bei anderen unter Vertrag, dass der gut dargestellt wird oder einfach so im Mittelpunkt steht oder erwähnt wird, ein bisschen für mich, ja, man ist da nachtragend, vielleicht Kinderkacke, die UFC ist so groß und als ob ein Großteil der Fans jetzt Francis Ngannou wirklich vergessen hätten, so die sagen, wie, wer ist das denn? Nur weil jetzt die UFC ihn immer rausschneidet, dass man sagt, noch nie gehört, Francis wer, kenne ich nicht. Das ist auch ein bisschen naiv, seitens der UFC so eine Tour zu versuchen. Francis wird natürlich zur Geschichte der UFC gehören, Ich finde das gut von Izzy, aber eigentlich genau in dem Moment, wo er, wo Usman und wo Francis den langen Arm hatten und gemeinsam etwas hätten verändern können, da, wo er an Francis' Seite vielleicht hätte stehen können bei diesen Verhandlungen, da stand Francis dann alleine da. Und ich weiß, damit lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, weil natürlich wird man selber in dieser hohen moralischen Keule dann irgendwann auch, werde ich dann auch natürlich daran gemessen. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht in dieser Situation, dass ich da irgendwo Partei ergreifen kann und mir ist auch bewusst, bloß weil Francis jetzt sagt, ich bin da der Supersoziale und ich will auch für alle Fighter was machen, muss Izzy nicht. Ist ja cool, wenn einer auch vielleicht anderer Meinung ist und wenn er dann einfach sagt, nö, ich kämpfe in erster Linie für mich, für meine Familie, für mein Geld. Wie viel die anderen verdienen, ist mir egal. MMA ist da ein Solosport, natürlich habe ich mein Team, aber ich gucke, dass es mir, meinen Trainern, meinen Leuten gut geht und wie viel die anderen verdienen, ist mir egal. Und dafür werde ich mich mit Sicherheit nicht in die Nesseln setzen und dass Usman dann auch so denkt. Aber zusammen hätten die zu diesem Zeitpunkt und gerade weil sie halt noch aufgetreten sind, die drei Könige aus Afrika, schwierige Bedingungen, den Francis und Ghanu schwierige Bedingungen gehabt, auch Izzy mit Sicherheit nicht leicht, dieser Wechsel da aufzuwachsen dann, da hätte man gemeinsam wahnsinnig viel erreichen können, glaube ich, wenn man als Einheit zusammengestanden wäre. und da hätte vielleicht dieser Backup sein müssen. Jetzt ist es cool, dass dieser Backup kommt, aber da hätte man vielleicht wirklich was bewegen können. Ich weiß ja jetzt nicht, wie eng diese Vernetzung da wirklich ist, wie man da wirklich zueinander steht, aber da hätte man Loyalität beweisen können in diesem Moment. Ich will jetzt nicht zu sehr den Finger ausfahren, weil ein Finger zeigt auf dich, mindestens drei auf mich zurück, ist mir bewusst, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen verdient, dass Francis da gefühlt wirklich dann komplett alleine da stand, wobei er ja Änderungen machen wollte oder einführen wollte, die natürlich für ihn auch, aber auch für andere Fighter gut gewesen wären. Vielleicht bin ich da jetzt, weiß ich nicht, auf dem falschen Dampfer, lasst mich da gerne eure Meinung zu wissen. Izzy hat auch nochmal, wir bleiben jetzt bei ihm, das nehme ich in einem Take mit rein, über die Fans von Alex Prader gesprochen und die mehr kritisiert als Alex Prader selber. Er sagt, die schreiben mir immer noch die ganze Zeit, es steht 3 zu 1 und er sagt, ey Alex wünscht mir viel Glück, finde ich cool, ich habe auch nichts gegen den Typen. Ich habe auf ihn getippt gegen Jan Blachowitsch und eine Sache hier, da lässt Izzy so ein bisschen in den Vorhang fallen, ich meine das ist eine Sache, die können wir glaube ich auch alle nachempfinden. Er sagt, wenn er gegen einen meiner Jungs, meiner Freunde oder wie auch immer kämpft, er nennt er Prokaska als Beispiel, dann werde ich immer dies supporten und vielleicht mir auch einbilden, aber zumindest öffentlich einen Weg für die finden, dass die gewinnen und werde bestimmt nicht gegen die tippen. Ich glaube, das kann auch jeder von uns nachempfinden. Irgendeiner von uns hat jetzt einen Kumpel, der kämpft und einer von uns wird jetzt interviewt, der was glaubst du, wie der Fight ausgeht. Dass man anerkennt, boah, wird ein schwieriger Fight, okay, aber man wird ja immer bei seinem Kumpel dann auch sagen, ich glaube, der wird einen Weg finden. Ja, da könnte doch dein Kumpel in der Öffentlichkeit, der ist wirklich ein guter Kumpel von dir, ist gegen, keine Ahnung, Tyson kämpfen, dann würdest du sagen, oh ja, Tyson natürlich ist eine Legende und ich will jetzt nicht unrealistisch werden, aber ich glaube an meinen Kumpel und ich hoffe, dass er irgendwie den einen Treffer landen kann. Dann ist man so irgendwie drumherum getanzt und steht trotzdem noch zu seinem Kumpel und beweist dann da diese Loyalität und das kehrte Izzy nochmal hervor, dass er sagt, auch wenn ich da manchmal gegen ihn getippt habe, dann hat er das durchaus da seine Beweggründe. Er hat nichts gegen Alex, aber die Fans, die nerven ihn halt schon ein bisschen. Ich glaube, wenn man vom Charakter wie Izzy ist, ich kenne ihn nicht, ich bilde mir jetzt auch nicht ein, ihn da in allen Facetten zu kennen, aber wenn es dich einfach fuchst, was viele Fans schreiben, wenn es dich ein bisschen triggert oder wenn es dich beschäftigt und du die ganzen Kommentare liest, aus der Ecke sollte man versuchen, möglichst rauszugehen und vielleicht dann einfach zu sagen, Social Media blend dich aus, weil das ist eine Nummer, da wirst du nicht glücklich. Die Menschen werden alles sagen, um dich zu triggern, alles um dich sauer zu machen, gerade wenn die sehen, die erreichen damit irgendwie ihr Ziel, dann werden die Damen nie aufhören. Oli Kahn, wie lange hat der diese Affensprechchöre bekommen? Und der hat sich, glaube ich, so gut wie nie dazu geäußert. Wenn der irgendwann mal gesagt hätte, er hat mich schon abgelenkt, also während seiner Karriere, ich glaube, so laut hätten wir die noch nie gehört, wie die dann gekommen wären. Ich weiß auch nicht, warum häufig Fans so sind, noch den Niedergang von jemandem dann fast mehr zu feiern, als quasi den Erfolg vom eigenen Team oder vom eigenen Fighter, aber Menschen sind leider häufig so und damit muss man dann irgendwo seinen Frieden machen. Da werden auch in zehn Jahren, falls er nicht mehr gegen Alex kämpft, immer noch Leute drunter schreiben, 3 zu 1, du bist eigentlich ein Flop. Gehört leider irgendwie dazu. Paddy Pimplett erinnert Dana White an Conor McGregor. Und zwar aus dem Grund, auch Conor haben viele immer angezweifelt, haben gesagt, ja, der ist nicht so gut und er hat immer wieder, also ist nur Hype, er hat es aber immer wieder bewiesen, bei jedem Fight, er hat es quasi den Hatern unter die Nase gerieben und er sagt, Paddy ist auch einer dieser Typen. Die Leute zweifeln an ihm, alle sagen, der ist eigentlich nicht gut, aber er kommt rein gegen jemanden wie Bobby Green und zeigt, er ist der Real Deal. Es macht Spaß, ihm zuzugucken, es ist unterhaltsam und er ist halt ein taffer Bursche. So lange wird Dana wahrscheinlich positive Worte über Paddy finden, solange Paddy da nicht irgendwelche unrealistischen Gehaltsforderungen stellt. Ich meine, bei Dana ist so eine Sache, ich liebe diesen Mann für alles, was der möglich gemacht hat mit der UFC. Dass es dieses Produkt in der Form überhaupt gibt. Aber das ist jetzt kein vor die Füße fallen und ist der heilige Mann der Arbeit, weil er hat natürlich auch einige andere Seiten, einige andere Facetten, wenn du dich vielleicht nicht gut mit ihm verstehst. Und in einem Zeitalter, wo selbst über jemanden, der als der ultimative Philanthrop galt oder vielleicht immer noch gilt, Mr. Beast, wenn selbst über den da jetzt Videos veröffentlichten werden, oder Betrüger und der ist eigentlich doch ein Arsch, bei Dana ist, und da nehme ich mal Oskar der Leuer dazu, der hat auch gesagt, keine Ahnung, warum der Typ mich so hasst und warum der immer mit irgendwelchen Vorwürfen kommt, die 15 Jahre her sind, ja, ich habe da irgendwelche Weiberunterwäsche getragen. Er hat auch gesagt, dass das ein Setup gewesen wäre, also eine Falle für ihn, dass er da unter Drogen gesetzt worden ist. Aber er sagt, ja gut, okay, kannst dich drüber lustig machen. 15 Jahre her, Kokain und diese Nummer, okay, ist halt so. Aber er sagt, das höre ich mir von jemandem an, der in der Öffentlichkeit seine Frau, eine Backpfeife verpasst und ich meine, die Frau hat natürlich auch versucht, Dana zu schlagen, aber wirft natürlich kein gutes Licht auf ihn, machen wir uns nichts vor und wenn deine eigene Mutter über dich ein Buch schreibt und behauptet, total der Arsch eigentlich, total der Unsympath, dann sagt das schon viel über dich aus, sagt Oskar der Leuer. Natürlich kann man das auch nicht komplett wegwischen, das wollte ich noch ganz kurz über Dana mit reinnehmen. Mit Sicherheit kein hundertprozentiger Fan von allem, was er macht, aber viele Sachen hat er richtig gemacht und überhaupt den Weg der UFC so geebnet. Vielleicht kann man das einfach ein bisschen versuchen, getrennt voneinander zu betrachten. Bei Paddy muss ich auch sagen, da bin ich so ein bisschen geteilter Meinung, weil die Art und Weise ist halt wichtig. Ich glaube, dass die UFC es bei Paddy einfach sehr richtig macht, ihn im richtigen Tempo weiter aufzubauen. Bobby Green war jetzt wirklich der erste Fight gegen einen Top-15-Mann, wo Paddy auch ja fast schon makellos ausgesehen hat und nicht irgendwie in Bedrängnis geraten ist, sondern dass ja wie eine sehr routinierte Performance aussah, wo er richtig gut abgeliefert hat. Davor bei den Fights, da waren auch ein paar Stinker mit dabei, das waren keine sonderlich unterhaltsamen Fights, das waren Kämpfe, wo er selber vielleicht sogar angeklingelt wurde und so aussah, als ob er Schwierigkeiten gehabt hätte. Das war bei McGregor definitiv am Anfang anders. Ob der jetzt einfach da schon als kompletterer oder besserer Fighter oder zumindest in seinem Spezialgebiet als besserer Striker reinkam direkt in die UFC. Ich meine, der hat ja auch nicht nur leichte Fights bekommen. Ja, der erste gegen Brimisch, das war wahrscheinlich ein Fight gegen einen Bantam-Gewichtskämpfer, wo er gefühlt doppelt so lange Arme hatte. Das war genau richtig, um zu explodieren. Aber viele, viele andere Fights danach, das waren zähe, das waren schwere Gegner, die Conor bekommen hat und durch diese wirklich teilweise durchgelaufen. Das habe ich bei Paddy jetzt nicht so gesehen. Also da sehe ich die Parallele nicht 100% so wie Dana White, aber so ein bisschen habe ich jetzt ja durchaus auch die Hoffnung, dass bei Paddy einfach die Decke noch nicht erreicht ist. Dass der sich vielleicht weiterentwickeln kann, vielleicht mit der Herausforderung wächst, vielleicht jetzt auch erst auf so einen richtigen Hype kommt, auch performance-mäßig. Weil klar, wenn der jetzt nicht nur gegen Bobby Green so abliefert, sondern im nächsten Fight vielleicht gegen einen Moicano auch, was vom Matchmaking vielleicht gut für ihn passen würde, meinetwegen auch gegen einen Benil, ebenfalls wieder so gut und so makellos aussieht, ja, dann kann diese Entwicklung doch relativ schnell gehen. Man kann den Hype mitnehmen und ja, dann ist Paddy vielleicht wirklich Ende des Jahres, Anfang des Jahres so ein Top-10-Fighter in der UFC. Wer hätte das vor zwei Jahren gedacht? Ich persönlich nicht. Ich habe doch schon gedacht, Top-15 könnte vielleicht ein bisschen knackig werden. Immer natürlich schwer zu beurteilen, weil man dann immer nur daran messen kann, an der Competition, gegen die er gerade kämpft. Keine Ahnung bei Paddy, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, Entwicklungsstufe zeigt weiter nach oben. Also, er entwickelt sich. Aber die Parallelen jetzt zu Conner, die sehe ich persönlich. Stand jetzt noch nicht unbedingt, zumindest von der Leistung. Sprechen wir über Kai Kawa Franz, denn der hat, glaube ich, was, oder der hat über was gesprochen, was ich häufig auch als Debatte in den Kommentaren sehe, nicht unbedingt nur bei mir, sondern auch bei anderen Kanälen, wo sich die Fans immer so ein bisschen streiten. Die Frage, was ist beim MMA wichtiger? Der Unterhaltungsfaktor oder der Faktor, wie gut du vielleicht an einer Disziplin bist oder, ich meine, machen wir uns nichts vor. Wenn ich jetzt Fighter wäre, wäre mir ja auch sehr daran gelegen, möglichst wenig Schaden zu bekommen, möglichst viel Geld zu verdienen und, ja, möglichst viele Titel zu gewinnen. Also, das wäre so der Idealfall für mich. Ich möchte nicht viel Schaden nehmen, ich möchte nicht, dass meine Sprache irgendwann drunter leidet, ich Worte langziehe. Ich möchte natürlich trotzdem Erfolg haben und irgendwo erfolgreich sein. Das wäre, glaube ich, so eine Karriere, die erstrebenswert ist, dass du dann mit 70 und 80 auch noch mit den Enkelkindern spielen kannst. Und Kakao Franz hat für mich so ein bisschen den Finger hier genau in die Wunde gelegt, weil er sagt, wenn man sich Leute anschaut wie Manil Kapi, wie Mohamed Mokaev, da ist viel Bellen, aber wenig Biss dahinter. Also, die versprechen viel, aber am Ende, wenn du von der UFC gesagt bekommst, du sollst weniger auf Takedowns shooten, weil es langweilig ist, ja, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen, weil du irgendwas falsch machst. Das ist kein Wrestling-Match, das ist nicht reines Grappling, es geht darum, dem anderen wehzutun, sonst bist du halt im falschen Sport. Und er sagt, bei sich selber auch, der hat einige Niederlagen in seiner Karriere einstecken müssen, hat über ein Jahr jetzt nicht gekämpft, aber er hat nicht das Gefühl, dass seine Popularität oder sein Ansinnen in der UFC darunter irgendwie gelitten hat, ganz im Gegenteil, die geht weiter nach oben, weil er kommt, um Fights abzuliefern, weil er ein aufregender Fighter ist und er sagt, das sieht man auch bei anderen. Schau dir Kämpfer an wie Adesanya, wie Dan Hooker, wie Justin Gage, wie Pori, die haben auch keine ungeschlagenen Rekorde, trotzdem schalten die Leute ein, wenn diese Jungs kämpfen, einfach weil die rausgehen und Entertainment bringen und das verkauft. Sehe ich häufig in den Diskussionen und ja, schwarz-weiß, nein, häufig ist das einfach so eine Graustufe. Ich habe ja auch die Illusion, dass es in der UFC nicht nur auf den Entertainment-Faktor ankommt und ich glaube, die UFC schafft bis jetzt auch immer ganz gut diesen Spagat, dass man auch die Leistung bringen muss oder dass man so ein hochwertiger Fighter einfach sein muss, um dort an der Spitze zu stehen, dass man natürlich den Weg dorthin vielleicht ein bisschen schneller hat, vielleicht ein bisschen ja doch schneller ist ein richtiger Adjektiv dafür, dass man schneller nach oben kommt, wenn man jetzt einen sehr aufregenden Stil hat, dass man dann nicht zehn Siege am Stipp braucht und das, wenn du vielleicht einen eher konservativen, eher langweiligen Stil hast, wo du sagst, ich halte die Leute auf dem Boden oder meinetwegen auch beim Striking. Ich mache den Klitschko, ich arbeite beim Jab, da kommt der Gegner nicht drumherum, ich mache ab und an ein paar Low-Kicks und damit gewinne ich die Fights alle jedes Mal 30, 27, 50, 45, dann brauche ich wahrscheinlich eine Zehnkampf-Siegesserie, um damit dann einen Titelkampf zu bekommen. Ähnlich beim Grappling. Wenn ich jetzt reinkomme, Wheelkick und zack, Uppercut und ich bin der absolute Zerstörer und die Leute werden da regelmäßig gefinisht von mir unter einer Minute, dann habe ich wahrscheinlich nach drei, vier Kämpfen mit den richtigen Interviews im Anschluss meinen Titelkampf. Ist das fair? Sportlich vielleicht nicht unbedingt, natürlich auch die Frage dann, was macht der Matchmaker? Will man denjenigen weiter auf dieser Hype-Welle surfen lassen und sagen, wir geben dir Matches, die passen zu deinem Kampfstil, damit wir dich vielleicht erstmal als Champion positionieren, damit wir das ein bisschen mitnehmen? Oder, nee, jetzt bekommst du erstmal einen unangenehmen Ringer serviert, der wird dich relativ schnell neutralisieren, damit droht die UFC ja teilweise sogar. Bei Nick Diaz, auch hier muss ich sagen, gerüchteweise, da hat man ja auch gesagt, als der keinen neuen Vertrag unterzeichnen wollte, pass mal auf, entweder du unterzeichnest dem Vertrag oder die einzigen Fights, die wir dir anbieten, sind irgendwelche Prelim-Fights, Prelim-Kämpfe, Gegenkämpfer, von denen noch keiner gehört hat, aber von denen wir überzeugt sind, die bringen dich auf den Boden, halten dich, dann wird es eine langweilige Nummer für dich. Also damit droht ja teilweise auch die UFC. Die UFC ist keine Liga wie die NBA, die NHL, die UFC ist da, um Fights zu verkaufen. Wenn du der beste Fighter auf dem Planeten bist, aber keiner schaltet ein, ist das für die UFC ein Problem, ist das eine Zwickmühle. Früher oder später, kann man dir diesen Titel schon nicht vorenthalten, wenn du einmal in der UFC bist, wenn du dort hingekommen bist, aber ich glaube schon reinzukommen in die UFC ist mittlerweile sehr schwer, wenn jetzt auch ein Mokaev, wenn der Vertrag nicht verlängert wird, da zählt nicht einzig und allein die Null im Kampfrekord, da zählt nicht einzig und allein, du wirst selten getroffen oder du bist sehr dominant, sondern die Leute müssen Bock drauf haben, deinen Fight zu sehen. Das ist wie bei einem Film. Du kannst den Hand wirklich besten Film machen, wo alle sagen, boah, hast rein. Alle werden fair bezahlt, die an diesem Film teilnehmen, du machst eine richtig schöne Geschichte, der ist von der Qualität her, ist der von der Kameraführung, von dem Sound her absolut hochwertig, aber keiner will den sehen, weil neben der schönen, ausgedachten Geschichte und allen anderen Sachen ist der Kack langweilig. Keiner muss lachen, keiner muss weinen, es gibt kaum Action, alle sagen am Ende, ja gut, brauche ich nicht den Film, will ich mir nicht angucken. Das Problem hast du auch, wenn du einfach zwar hochwertig kämpfst, aber du musst irgendwas bringen, dass die Leute unbedingt einschalten wollen bei dir und ich glaube, das meint Kai Karpfras hier. Es geht natürlich auch nicht nur in die Richtung, sonst würdest du auch irgendwelche Leute holen von den, keine Ahnung, von den Bumfights, wo man sagt, dem ist alles egal, der geht einfach rein, der blockt mit seinem Gesicht. Auch dieses Extrem wird nicht funktionieren, einfach weil die Weltklasse-Fighter dich dann auseinandernehmen werden. Es muss irgendwo so eine gesunde Mischung finden. Bis heute, Stand jetzt, glaube ich, die UFC macht da einen richtig guten Job, aber auch wenn wir uns Dana White Contender Series angucken und auch die Ultimate Fighter, die anderen Staffeln, die jetzige habe ich leider noch nicht gesehen, da merkt man ja auch, in welche Richtung Dana auch geht und die UFC geht, dass man sagt, ihr müsst uns auch einfach ein bisschen Entertainment bringen. Wir gewinnen den Fight, das alleine reicht nicht mehr, um in die UFC reinzukommen. Zum Abschluss, ja, das ist auch ein bisschen Schmutzwäsche, aber Strickland sagt, er möchte das nicht aus der Newswelle rausgehen lassen. Ich tue ihm jetzt mal den Gefallen, zumindest im deutschsprachigen Raum und er spricht über Tiki Ghosn. Ich bin mir gar nicht sicher, wie man seinen Nachnamen ausspricht und glaubt mir, in allen UFC-Files, die ich von ihm gesehen habe, wurde er nur als Tiki angekündigt. Tiki ist mir ein Begriff, ich kenne ihn hauptsächlich wegen zwei Sachen. Zum einen gegen Robby Lawler, als er ausgenockt wurde und am Ende gar nicht mehr wusste, was Sache war und gedacht hat, der Fight wurde wegen einem Cut abgebrochen. Und die andere Nummer, dass er sich als Coach von Rampage Jackson sehr in diesen Streit mit Rashad Evans eingemischt hat bei The Ultimate Fighter und dann angeboten hat, lass uns ein Sparring machen. Und Rashad hat ihn noch angeguckt, wenn wir ein Problem haben, mach ich kein Sparring mit dir, dann machen wir ein Fight. Also das sind so die wenigen Sachen, die ich bei Tiki auf dem Schirm habe. Ansonsten, ja, Glatzkopf, Bart, hat so ein bisschen Wiedererkennungswert und Strickland, gefühlt aus dem Nichts, kam jetzt um die Ecke mit einigen Vorwürfen, unschönen Vorwürfen gegen Strickland. Sexueller Missbrauch ist davon die Rede von Fightern, die er, ich nehme mal an, weibliche Fighter, von denen er irgendwelche sexuellen Dienstleistungen oder Gegenleistungen verlangt hat, um seine Kontakte spielen zu lassen. Und er sagt, der Vater von diesem Mädel, dem das hier passiert ist, also auch von Minderjährigen ist da die Rede, leider. Und er sagt, die Nachrichten, die ich bekommen habe, wenn Tiki wirklich vorhat, mich vor Gericht zu ziehen, soll er machen, dann wird das Ganze öffentlich gemacht werden, da habe ich kein Problem mit, dann mache ich ein GoFundMe für die Gerichtskosten und danach werden wir auf jeden Fall kämpfen miteinander. Und ich glaube, wenn Strickland das ankündigt, dann wird es auch stattfinden. Er hat viele Warnungen bekommen von anderen, Tiki kennt viele Leute, damit ruinierst du deine Karriere und der sagt, nee, ich mache mir da keine Sorgen drüber, ich stehe über Tiki, ich werde meine Karriere nicht ruinieren, ich halte auch nicht meine Klappe. Dafür ist wirklich einer wie Strickland ohne Filter, wobei ich will vorsichtig sein, weil er deutet jetzt zwar an, hey, ich habe Beweise, aber wir haben jetzt keine Beweise gesehen. Das Gefährliche ist natürlich, wenn du da ohne Filter kommst und die Infos, ich weiß jetzt nicht, welche Beweise er hat, hat er jetzt nur eine Aussage, hat er irgendwie mehr, hat er da Textnachrichten, Videoaufnahmen, irgendwelche belastenden Beweise, weil du kannst natürlich einen Mann auch oder einen Menschen damit kaputt machen, wenn da doch nichts hinter steckt. Das ist so der Kachelmann-Effekt, selbst wenn der dann unschuldig gesprochen wird, ja, wen interessiert es? Das kriegst du nicht mehr ab. Und Tiki hat sich bisher noch nicht geäußert, Strickland ist halt sehr, mit Nachdruck macht er das natürlich. Sterling hat sich geäußert, Tiki ist sein Manager, der hat gesagt, ich kann zu 100% bestätigen, dass ich von diesen Anschuldigungen erst diese Woche erfahren habe. Da ist natürlich das Klassische, dann heben alle die Hände, ich hatte damit nichts zu tun, und ich distanziere mich erst mal. Auch immer schwierig, wenn du nicht so, ich will jetzt nicht sagen, Tiki ist auf jeden Fall unendlich, ich kenne ja die Hintergründe nicht. Was ich jetzt einfach nur weiß, ist, Strickland kommt nach vorne, sagt, er hat da Aussagen oder vielleicht sogar Beweise. Ich schätze Strickland jetzt nicht als unaufrichtigen Typen irgendwie ein. Ich schätze ihn aber schon als temperamentvollen Typen ein, wenn den da jetzt einer irgendwie richtig triggert oder an der richtigen Stelle zündet, dass er dann sofort auf diesen Zug ausspringt und dann ohne Filter halt sowas raushaut. Immer gefährlich, wenn du da vielleicht nicht wirklich handfeste Beweise hast, weil du kannst den Ruf da komplett ruinieren. Sterling macht jetzt erst mal diese Hände hoch. Ich habe damit nichts zu tun. Ich distanziere mich erst mal, gehe vorsichtig zur Seite. Das ist jetzt auch kein, ich meine, du kannst es ja auch anders machen. Wenn du jetzt nichts davon wusstest, aber du siehst auch keine Beweise, dass du sagst, klar, ich hatte keine Ahnung, aber ich arbeite jetzt mit Tiki über x Jahre zusammen und da habe ich persönlich nie erlebt, dass irgendwas gelaufen ist. Damit stellst du dich ja nicht direkt vor, denn, dass du sagst, auf gar keinen Fall kann der irgendwie sowas machen, aber deine Erfahrung spiegelst du einfach wieder. Gut, vielleicht war es auch nicht so, aber dann musst du dir natürlich den Schuh anziehen, dass du nicht die Hände heben kannst, weil dann wusstest du ja was davon oder dann hast du schon mitbekommen. Der hat es vielleicht daneben benommen. Schwierige Nummer. Ich bin da immer vorsichtig bei solche Gerüchte dann wirklich. Ich spreche hier jetzt auch drüber, aber ich hoffe, dass das rüberkommt, dass ich versuche auch zumindest die Möglichkeit offen zu lassen, dass er nichts gemacht hat, solange ich da jetzt keine Beweise gefunden habe. Ich schätze Strickland aber definitiv schon eher als aufrichtigen Typen ein, der da jetzt nicht versuchen wird, sowas einfach zu erfinden, sondern dann hoffentlich da Substanz hinter steckt. Aber mit sowas muss man vorsichtig sein. Wer mit dem Feuer spielt, wird sich früher oder später verbrennen. Schauen wir mal, was da noch irgendwie rauskommen wird, ob da noch was rauskommen wird, ob Tiki dann auch von der UFC erased, gelöscht wird aus der Geschichte und den darf man jetzt auch nicht mehr erwähnen. Warten wir es mal ab. So wieder viel gelabert heute. Vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank fürs Einschalten. Passt doch weg auf. Bis demnächst. Und let's fight.